Zweiter Spieltag, Samstag, 26. September, 14 Uhr, Sportklub Arena, Ferrell gegen Bayern 2, 3 zu 0. Rubin Kuschke, Daniel Maykik, Patrick Scharuba, Lars Fritzka, Julian Stiegner, Mehmet Kurt, Julian Schwaman, Philipp Sander, Sanko Yannick, Kasim Rebidkik, Rikurun Yadraham, jetzt kommt Bayern 2, FC Bayern München 2, Ron Robin Hoffmann, Alexander Luwings, Parkat, Ari, Abi, Jan May, Luwinge, Dennis Walter, Maximilian Tisser, Maximilian Wurzmüller, Dimo Grün, Akelo Stiler, Leon Daku, Jan Vizier Achp, 11 Uhr 19 Uhr Gerne Sch�� ashp, Dimo District, Plan B add-on, Giera, Nan Valso Gama, weiß,geschm 봉